Leute, ich hatte gestern Besuch von dem netten Simon. Ich blende euch dazu mal was ein. Er hat mir was mitgebracht. Ihr kennt uns jetzt so vom Flohmarkt, ganz sporadisch mal ein bisschen, dann von der Börse und so weiter. Haben hier und da mal Kontakt gehabt, auch mal telefoniert. Ja, was soll ich sagen. Es war ein sehr, sehr geiler Abend. Simon, danke dir dafür. Er hat mir was mitgebracht. Man kommt ja nicht mit leeren Händen. Um jemanden zu besuchen, hat mir dann was in die Hand gedrückt. Und es war so eine Freude für mich, weil da hat sich jemand mit den Videos auseinandergesetzt. Da hat sich jemand das genommen, was er über hat oder wie auch immer und hat mir das geschenkt, was mir fehlt. Das muss erst mal jemand sehen, ganz ehrlich. Also Simon, sehr, sehr geil Mann. Vielen Dank. Jetzt hat der gute Simon mir noch ein Floh ins Ohr gesetzt. Er hat nämlich gestern bei mir die VR-Brille ausprobiert, hatte da ein Pack vorbestellt, was halt kaum zu bekommen war und wollte sich das Pack unbedingt kaufen. Jetzt wollte er aber halt nicht, naja, nicht ungesehen, einfach kaufen. Und ist dann halt zu mir gekommen, hat gefragt, ob er die Brille mal ausprobieren kann. Dann hat er sie ausprobiert und ja, als er Astroback gespielt hat, da war es um ihn geschehen, muss ich sagen. Dann hat er gesagt, ja, ich gehe mir die auf jeden Fall holen. Ja, und jetzt hat er halt so ein gutes Pack gesehen und ich habe das Pack mal gegoogelt heute Morgen. Oh, grün. Und habe gesehen, dass es das in meiner Nähe eigentlich auch noch gibt. Jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe mir dieses Pack kaufen. Welche das ist und wie teuer die ist, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich nehme euch mit in Real. Da werden wir die Sachen kaufen. Ich denke, die ist an der Information schon für mich hinterlegt. Wir gehen vorher mal rein, mal gucken, was wir in den Spielen da haben und so weiter. Ja, verrückt, ne? Ich habe eine Brille und gehe mir jetzt doch noch eine kaufen. Aber ihr seht jetzt gleich, wieso. Ich denke, dass sich das Angebot recht gut rechnet. Aber schaut selber jetzt gleich. Hallo. Ich habe mir diese Brille vorbestellt bei... Ja, genau. Das ist die Garantie dann auch mit drauf. Ja. Danke Ihnen, die werde ich haben, danke. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, ich habe mir die Virtual Reality Brille nochmal gekauft. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar hat die jetzt 229 gekostet. Da drauf sind 5 Spiele. Einmal Skyrim VR, auch das hätte ich mir natürlich gerne geholt. Schlägt mit 40 Euro auf jeden Fall zu Buche. Dann haben wir einmal Doom VR, auch kein billiges Spiel. Wir haben VR Worlds, auch super geil. Wir haben die Kamera mit dabei. Wir haben Astro Bot mit drauf. Und hier ist Wipeout mit drauf. Das sind alles Titel, die mich unbedingt und total interessieren. Das heißt, die hätte ich auf jeden Fall super gerne gehabt. Und ich hätte mir die Titel wahrscheinlich in naher Zukunft gekauft. Retail natürlich. Wenn man mal rechnet, 40 Euro für einen Titel oder von mir aus 30 Euro für einen Titel, was schon günstig ist. Also rechnen wir 35 Euro pro Titel. Das sind 5 Titel, die da drauf sind. Ja, 5 mal 35 macht 175. Das ist krass. 175 Euro nur für die Spiele, die ich wahrscheinlich ausgegeben hätte. Rechnet einfach 150 von mir aus. Dann seid ihr nur bei 30 pro Titel, die es auf jeden Fall wert sind. Und dann noch 79 Euro oben drauf für die Kamera und die Virtual Reality Brille. Allein die Kamera, die kostet 69, 54 und so weiter. Also ich konnte bei diesem Angebot, konnte ich überhaupt nicht Nein sagen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich meine Brille, die ich habe, noch für einen fairen 100er, 120 oder was auch immer verkaufen. Gucken, wenn es einer von den Kollegen haben will, gibt es für einen 100er. Kleiner zeigt vielleicht 120, 130. Geht ihr auf jeden Fall weg. Ja, insofern habe ich noch ein bisschen draufgelegt. Ich habe aber ein neues Gerät mit Garantie, mit 5 Games und, naja, Astro Bot kann ich auch noch verkaufen. Das habe ich auch noch Retail zu Hause. Was soll's. Dann habe ich es halt hier als Download drauf. Egal. Ja, und insofern denke ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Was denkt ihr da drüber? Könnt ihr mal reinschreiben. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Megapack noch zu haben ist. Wir haben jetzt hier bei Real noch zwei Stück davon gehabt. Also, wer Interesse hat, ich kann das absolut empfehlen. Kauft's euch. Das ist krass, Leute. Das Weihnachtsgeschäft. Allein das Rausfahren hier aus dem Parkhaus. Boah, ich stehe bestimmt schon 7, 8 oder 9 Minuten hier. Und kein Auto fährt weiter. Also, vielleicht ein, zwei Autos oder so immer wieder mal. Das ist echt hart. Hört mal. Stress pur, Leute. Die Leute drehen durch. Aber auch jeder hat halt ein Auto, ne? Die fahren alle alleine. Ein Mann, ein Auto. Und ja, wie soll das passen? Und sich dann so aufregen. Ich meine, manchmal bin ich auch nicht besser. Aber, naja, gut, heute kannst du drüber lachen. Weiß auch nicht wieso. Ja. Ja, die Leute scheitern am laufenden Band. Ich sag's euch. Hier ist ein Parkhaus. Das macht so einen ovalen Kreis. Die Eingänge sind hier. Das heißt, so ein ovaler Kreis. Und eine Ausfahrt. Hier stehen überall Parkreihen von Autos. Und auf der linken Seite... Moment, ich kann's nicht zeigen. Also, in der Mitte stehen halt geparkte Autos. Und da es so oval ist, ist an einer Stelle quasi wie eine Abkürzung. Man muss nicht außenrum. Und manche nutzen halt die Abkürzung. Wie beim Mario Kart. Und das ringt die anderen so dermaßen auf. Also, das ist ja logisch, ne? Die denken so, aha, unfair. Die nehmen die Abkürzung, wollen die nicht durchlassen, blockieren dann noch andere Leute. Anstatt einfach zu akzeptieren, dass die Leute da jetzt nur lang fahren. Man kann ja eh nichts mehr dran ändern. Stehen die dann da und blockieren den Weg, damit die anderen die Abkürzung nicht nehmen können. Echt übel. Und blockieren aber das ganze Parkhaus. Nur damit die anderen die Abkürzung nicht nehmen. Jetzt regen sich einige Leute auf. So, ey, fahr doch mal weiter. Und die sagen, ja, aber die blockieren hier. Und der andere, mach doch mal die Blockade weg. Und der sagt, aber die wollen abkürzen. Und, oh Gott, Leute, ey. Boah. Ey, ganz ehrlich. Es gibt so viele Probleme auf der Welt, ne? Die genau aus diesen Gründen entstehen. Okay, ich kaufe mir eine Virtual-Reality-Brille, um dem Wahnsinn zu entfliehen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020